moin liebe leute ich habe kurz drüber nachgedacht das video nicht zu machen weil es gibt ein balance patch aber nur in korea und nur auf dem koreanischen test server also ist das alles noch nicht ganz set in stone aber ich dachte mir ich update euch trotzdem dann sehen wir zumindest in welche richtung es geht dann können wir uns wiederum wenn der patch tatsächlich in korea ankommt angucken wo die änderungen sind dann können wir wiederum auch genau wissen was auf uns zukommt und so weiter und so fort ja also wie gesagt auf dem test server gibt es ein balance patch zuvor wurde der koreanische test server angepasst das leichter getestet werden kann hinsichtlich schmuck und tripods und so weiter und so fort bevor wir in die einzelnen klassen reingehen haben sie ein set angepasst nämlich das halluzinations set hallucination zuvor war das so dass man den status in den man eintritt um mehr krit chance zu bekommen dass man dort immer nur reinkommt und den status verlängert wenn man kritet was irgendwie seltsam war weil das war immer das set für die leute die wenig krit hatten die mit viel haben immer servation gespielt also kommt man da jetzt rein wenn man einfach angreift ja genauso mit dem sechster set effekt mit der zeit wenn man diesen status lang genug hatte ist man in einen anderen status reingegangen wo man einfach mehr schaden gemacht hat der wurde verlängert und der wurde auch nochmal geändert dass man den aufrechter hält wenn man einfach nur angreift und trifft und nicht wenn man kritet also ein bisschen quality of life für alle die hallucination spielen jetzt direkt rein berserker zuvor es wurde nicht jede klasse genervt oder oder gebufft also wenn eure klasse nicht auftaucht dann wird sie zumindest auf dem koreanischen ptr auf dem test server nicht nicht verändert ähm und es wurde probiert äh gravuren die nicht ganz so oft genutzt werden anzupassen und ein paar klassen haben große anpassungen bekommen paar kleine offensichtlich berserker gravuren äh sie haben den effekt beer warriors secret äh ich glaube das seltsam übersetzt er das koreanisch mit google translate äh ich glaube das ist brazil secret äh also äh technik des berserkers bis jetzt äh war äh kritischer schaden erhöht ähm jetzt ist äh schaden erhöht schaden um 32% erhöht ja das das wird im übrigen auch heißen dass technik des berserkers jetzt safe safe ähm äh stufe 3 technik des berserkers spielt weil es sind äh 16% unterschied zwischen 1 und 3 ähm und äh ihr werdet in technik des berserkers berserkers nach wie vor äh keinen cooldown haben äh was ich mir gut vorstellen kann ist dass das jetzt äh der starke bild wird ich denke die die werden das testen und merken ups bisschen doll ähm aber aber wenn sie es so lassen dass das der starke bild wird dass krit speck gespielt wird und äh vielleicht sogar mit sharp bland so ähnlich wie krit speck auf shock scrapper mal gucken mal gucken sieht auf jeden fall sehr interessant äh wird auch direkt gespielt wird auch direkt gespielt schon in in büchern technik des berserkers ich würde euch generell empfehlen ähm macht nicht den fehler und lest die patch notes auf einem koreanischen test server und und äh kauft impulsiv irgendwas auf dem europäischen server die preise sind direkt schon absolut zum mond gegangen für ein paar sachen ähm und äh es ist alles subject subject to change ja warlord 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 bash wurde angepasst ja äh attack range von dem tripod wurde deutlich erhöht das sehr angenehm bash ist so ein skill entweder man steht im mob drin und trifft ihn oder man verfehlt ihn und es ist ziemlich wichtig ihn zu treffen also sehr angenehm ansonsten äh wurde er gleich gelassen also äh scheinen sie zufrieden zu sein ich finde ein bisschen schade dass hier auf kampfbereitschaft auf der gravur die blauer warlord spielt nichts verändert wurde aber äh hey ähm äh es wurde nämlich irgendwie gemunkelt dass sie eigentlich dazu führen wollten dass stufe 1 gravuren also die die auf 1 gelassen werden wie kampfbereitschaft wie friedenstifter bei bei der kunstschutzin dass die angepasst werden dass stufe 3 attraktiver wird aber äh naja äh wie wie das so mit gerüchten ist zerstöre ähm äh earth wave ist ein ein neuer skill der für one man army reingenommen wurde ähm und und entsprechend wurde auch das gem angepasst außerdem wurde perfect swing also der skill mit dem größten crit äh generell angepasst ja ähm ähm so wie das aussieht ist das einfach äh zerstörer buff ähm äh sizing hammer wurde ebenfalls angepasst ja wir sehen hier anstatt weniger schaden zu bekommen machen wir einfach mehr schaden also 40 prozent damage buff und im zweiten tripod sehr interessant wurde angepasst dass äh sizing hammer mehr gravity gauge gibt oder gauge wie auch immer man das aussprechen möchte heißt äh gravity hammer destroyer wird gebufft ja das auf meta engraving finde ich sehr toll weil ich spiele den ähm äh genauso also earth eater genau das gleiche gibt mehr gravity gauge ähm genauso neutralizer gibt mehr gravity gauge genauso full swing gibt mehr gravity gauge äh persönlich finde ich das fantastisch wenn äh mehr auf meta gravuren gebracht werden haben wir etwa mehr diversität ja äh äh terra break wird ein bisschen geändert und und die identität wird ein bisschen geändert alles in allem ähm äh hat 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 der entwickler hier dazu geschrieben dass ähm man man ihm ein bisschen mehr mobilität geben möchte ein bisschen mehr aktive identität dass man das halt nicht nur alle zwei drei minuten aktiviert und ja das dass wir das dass wir ein paar optionen haben ansonsten earthwave der neue skill der reinkam ist einer den man nicht aufladen muss äh also auch wieder für äh alle alle zerstörer die keinen super ladung spielen also wieder die auf meta zerstöre äh ist das ganz praktisch ja mhm infighter oh boy mein main äh es war zu erwarten infighter wurde äh nicht angefasst bis auf shock äh shock scrapper äh bekommt ein 3,7 prozent einfach flat äh vollkommen gerechtfertigt brauchen wir nicht drüber reden ähm schaden mit dem zu machen ist sehr leicht der schaden den man macht ist sehr hoch also wurde es angepasst seelenfaust brauchen wir eigentlich auch nicht drüber reden jeder der äh energy overflow also äh überfließende energie wie auch immer spielt ja äh das das mit flinkheit krit äh und und weiß wie man tasten drückt der weiß wie viel schaden das macht 2,8 prozent weniger schaden lands master wiederum das finde ich sehr überraschend muss ich sagen bin ich sehr überraschend lands master bekommt den schaden der concentration skills um 6,6 prozent erhöht äh die concentration skills sind die roten also wird gipfel einfach richtig richtig dick gebufft ich hatte nie das gefühl dass das langzenträgerin das braucht die war nie top dps aber hatte dadurch so viel flexibilität und einen guten krit buff und so dass das sich immer gut angefühlt hat die zu spielen äh für jeden der langzenträgerin spielte ist das natürlich fabelhaft also äh geht step dark so das kommt für mich wirklich aus dem nichts ähm artillerist ist äh sehr komplex was sie da gemacht haben und ich sag euch ganz ehrlich ich verstehe es nicht ganz ob es mega gut oder mega schlecht und wie die zahlen hinterher ist folgendes ähm sie haben die identität verändert die identität vom artilleristen war bis jetzt ihr füllt eine leiste firepower gauge äh wenn die voll ist macht ihr mehr mehr habt ihr mehr krit chance wenn die voll ist könnt ihr in euren turm gehen wenn die leer wird und ihr die andere gravur habt habt ihr keinen cooldown könnt die wieder erfüllen und so weiter jetzt äh sind das zwei verschiedene sachen ja es gibt eine firepower gauge das ist die die eure krit chance beeinflusst und die die äh die gravur firepower äh beeinflusst ähm die füllt ihr und äh die hat keinen cooldown die geht nicht wieder leer äh die die lehrt sich nach und nach wenn ihr eine zeit lang nicht angreift heißt die auf maximum zu halten und dauerhaft zu kritten wird relativ leicht wird ziemlich angenehm nebenher wird es so eine gunnery gauge geben die wiederum äh ist dazu da wenn sie voll ist dass wir in unseren turm können im turm dann äh werden wir ganz normal turm sachen machen können und äh die wird dann wieder lernen und die werden wir dann wieder füllen müssen jetzt äh ist das problem an der ganzen sache dass hier so viele verschiedene multiplikatoren verändert worden sind äh dass ich mir nicht sicher bin ob das ein buff oder ein nerf ist äh wir äh also viele viele blaster artillerist spieler wissen spezialisierungs artillerist hat sehr viel sehr viel sehr viel und und auch ziemlich leicht also ich würde aus dem aus dem bauchgefühl raus sagen das ist ein nerf ähm gleichzeitig für die blaster die ohnehin äh flinkheit krit gespielt haben ja die gar nicht gar keine lust hatten spezialisierung und den turm zu spielen fühlt es sich an wie wie ein buff durch alle äh durch die ganze bank durch ja wenn wir gucken skills äh normale skills und awakening machten 16 prozent mehr schaden im pvw poked ja äh bombardment skills also die im turm machen für nur 20 prozent mehr schaden im übrigen für die drei pvp enjoyer unter euch äh 6 prozent nerf ja ähm äh da ist das das problem an der ganzen geschichte ist äh dass äh der der spezialisierungs stud hier sehr stark geändert wurde und zwar anscheinend wie schnell man in den turm reinkommt wenn ich das richtig verstehe heißt der buff auf dem turm um 25 prozent ist egal wenn wir siebenmal langsamer in den turm reinkommen ja ähm wenn im turm der größte schaden in spezialisierung liegt äh dann ist natürlich die frage es ist aber nicht ganz siebenmal weil wir wiederum auf äh auf auf acquisition von von der gage von der turm gage auf jeglichen skills mehr prozent haben also wie das am ende genau aussehen wird müssen wir gucken müssen wir ein bisschen abwarten denke ich bis äh bis bis die äh leute auf dem koreanischen test server ein bisschen getestet haben dann wird man mehr sagen können auf jeden fall sehr interessant momentan aus meiner ähm äh sicht der von jemandem der nicht testen will äh äh oder kann und und nicht alles durchrechnen möchte sieht das so aus als wäre flinkheit artillerist wieder sehr sehr stark und spezialisierungs artillerist hat denke ich durchaus immer noch einen Platz ähm wird wird interessant ich denke der spezialisierungs artillerist wird immer noch sehr gut sein aber anders gut nicht eine rotation skills direkt in den turm burst sondern dass der turm ähm äh gezielter burst sein wird weil man nur alle drei rotationen oder sowas reinkommt und 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 der rest äh ordentlichen schaden machen wird mal gucken sorry dass ich das nicht mehr sagen kann hawkei scharfschütze durch die bank weg 4,8 prozent äh mehr schaden im pve ich sehe wenig scharfschützen ich kenne einen scharfschützen der sehr gut spielt also überrascht mich das weil der macht in meinen augen sehr viel schaden aber ich meine gute spieler machen immer viel schaden also wird er jetzt nochmal 5 prozent mehr machen ähm äh für alle anderen die freuen sich sicherlich auch fantastisch scouter ähm 4 prozent mehr schaden im pve nicht dass es für uns relevant ist weil ne wir haben kein scouter jetzt batman ganzlinger 5 prozent mehr shotgun schaden im pve außerdem wurden ein paar tripods angepasst und äh peacemaker also friedensstifter die gravur ähm jetzt sieht das folgendermaßen aus oh offline sub vanilles falter äh crazy danke schön falls du das video siehst vielen lieben dank ähm auf okay auf jeden fall ähm auf jeden fall ist das so dass das man jetzt in friedensstifter mehr schaden bekommt wenn man zur shotgun swapt ja ähm äh davor war es so dass man mehr crit chance bekommen hat was aber irgendwie seltsam war weil naja kunststücks sind ohnehin schon crit gesteckt hat und man dann crit oversteckt hat also äh scheint ein dicker buff zu den shotguns zu sein wird auch interessant ob es sich dann lohnt friedensstifter auf 3 zu spielen mal gucken time to hunt wurde wurde ein bisschen verbessert äh aber realistisch fehlt einem nach wie vor flexibilität also ich denke friedensstifter ist der way to go ähm summoner wurde auch angepasst brauchen wir denke ich nicht drüber reden weil es gibt auch keinen summoner bei uns äh keine ahnung was da passiert äh keine ahnung wie die klasse funktioniert tut mir leid äh arcana äh wurde äh backflush hier einfach rausgenommen der skill und dafür wurde äh nein backflush wurde entschuldigung reingenommen und dann findet die shower wurde rausgenommen ich habe auch leider von arcana keine ahnung ähm im übrigen äh diese patch notes werden in der video beschreibung sein also schaut gerne rein wenn euch das interessiert äh wir können uns hier denke ich einfach die developer kommentare angucken zu arcana ähm äh sie hat drei skill types normal stack und ruin und 17 card effekte ähm okay okay und es sieht so aus dass äh sie äh zwei neue karten nochmal reingenommen haben und äh die die gravur kaiser gravur auch nochmal angepasst haben also ich kann mir gut vorstellen mit der angepassten kaiser gravur hier äh werden unter umständen ein bisschen mehr leute die spielen wollen ja wenn wir uns angucken schaden der kaiser karten um 80 prozent erhöht wo es äh davor eigentlich nix gab ähm ist insane mal gucken mal gucken ihr habt wie gesagt leider keine ahnung von arcana ähm aber auch da denke ich wird zeit mehr zeigen und nach wie vor ja das hier sind vorläufige änderungen auf dem ptr was dann genau in korea und dann entsprechend sukzessiv irgendwann zu uns kommt müssen wir sehen generelle veränderungen und fixes gibt es aber auch ja irgendwas in tooltips irgendwas anderes und das hier ist die veränderung der äh dämonenform des dämonics der schattenjägerin ja äh ich denke das ist sehr sehr cool die dämonenform war ein bisschen seltsam ist gelaufen wie so eine seltsame oma mit den krallen ganz vorne nach wie vor würde ich mich sehr freuen wenn es möglichkeiten gäbe diese transformation zu skinnen ob das äh kaufbare skins sind ob das die skins sind die man ohnehin an hat äh wie wie auch immer äh wär ganz schön ich finde äh auf der klasse und auf scouter ist das so man man baut sich einen schönen charakter man passt den an aussehen was auch immer man kauft skins dafür und dann transformiert man sich und alles ist weg naja so ist das ähm ansonsten ein paar uis wurden angepasst ein paar grafische effekte wurden angepasst das ist ziemlich cool ja gerade auf auf dem zerstörer auf dem blaster auf dem summoner also auf den älteren klassen wurden effekte ein bisschen aufgefrischt das denke ich immer ganz schön weil äh neuere klassen sind schon sichtlich äh hübscher ja also die effekte der klassen zumindest außerdem wurden ein paar hotkeys äh angepasst und verändert und äh dann wurde uns gedankt das war's das war's liebe leute äh sagt mir gerne was ihr von den änderungen haltet äh wird jetzt wieder ein bisschen länger schreibt mir wie gesagt sehr gerne was ihr von den änderungen haltet was ihr hier vielleicht noch sehen wollen würdet ansonsten sehen wir uns von meiner warte aus unheimlich gern im stream oder im nächsten video macht's gut ciao ciao